Geld drauflegen sollen, oh Herr Schatz. Ist egal. Äh, ich komm jetzt wieder in die Map. So, jetzt machen wir das, gell? Als wir das jetzt in einem Leben, dann legen wir drauf und dann töten wir ihn und dann heben wir wieder ordentlich ab und kauf alles rein. E-Joh. What that we do? Ey, some is backen bei mir. Bist du auch nicht? Dominik? Nein, ich bin auch nicht mehr. Ahem. Very nice. I love this map. Auf geht der Map, der wo... Ah, wer war denn dabei? Quick re-arrive. Dominik, wenn die Tür noch nicht offen ist, kannst du dann bei Crewcraft gegeiert haben. Weil ich doch vorhin auch drüben war. Ah. Ein Leben. Hast du noch? Das sind die letzten zwei, drei. Schmeiß die Granatte rein. Warte, es lebt eh noch einer. Okay, letzter. Lass Geld drauflegen, alles. Ey, ich brauch unbedingt eine leichtere Waffe. Gib gleich die Browning weg. Legg alles drauf. Ja, ich geh noch einmal ne Kiste. Ich brauch ne leichte Waffe. Miller Browning, das ist einfach, ich renne zu langsam nicht zwei MGS hab. Ach, scheiß, ich hab fast. Was? 26.000 sind auf der Bank. Äh. Ich töte ihn jetzt. Nein, 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 nein. Ah, bei Chak hast du noch nicht gegeiert. Doch, ich töte ihn jetzt. Jo, mach. Ich bleib bei der Kiste, falls du mich retten willst. Falls ich sterben sollte. Äh. Komm her zu mir. Wo bist du? Ja, hier hinten bei der Bank. Ich denk mal zwölf Hunde. Für jeden sechs. Das werden wir auch hinkriegen. Noch zehn. Ja, das geht locker. Ja, genau. Über drei. Max Ammo. Warte. Ich bräuchte Affen dann gleich mal. Nimm. Ich cam so ein bisschen bei der Kiste. Warum kriegen wir keine Zinsen? Bei Hunde ohne Zähl ist glaube ich nicht. Ich cam noch ein bisschen bei der Kiste jetzt mal. Ich mach Punkte und dann, ähm. Ja, okay. Und dann kann ich die Browning erstmal leer schießen. Ich hätte eigentlich erstmal Speedcaller holen sollen. Das ist ja, ich glaube, nützlich gewesen. Wie viele Zinsen bekommen wir eigentlich für 26.000? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben dann so 40, 50.000 drauf. Oh, direkt vor mir liegt ne Nuke. Ich hab's zum Glück nicht eingesammelt. Zwei Nuke nebeneinander. Oh man, das ist geil. Die Karte mag ich irgendwie, die können wir auch öfters mal spielen. So, Jaxs Verfahren. Max Ammo nochmal. Warte. Nimm. Ja, ich sammle sowieso nicht mehr. Ich muss noch nachladen. Okay, die Nuke sind weg, die zwei. Kauf mir gleich wirklich alles auf. Du hast genau ein 100er Ping gehabt. Jetzt 92. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ah, Geld drauflegen. Ja. Jetzt warte, jetzt muss ich mal schauen. Ah, mit Molotov kann ich gut Cola machen. Wir haben 31.000 drauf. Wie immer noch ne Runde, oder? Wir legen noch mehr Geld drauf. Warte. Ah, ich hab nur 4.000. Alles drauf haben, was du hast. Ach, super. Ich hab's ja auch noch nicht gekauft. Warte, wenn du mich töten lässt. Dann kann ich nochmal 1.000 drauflegen. Warte, wenn du mich töten lässt. Dann kann ich nochmal 1.000 drauflegen. Ja, das war natürlich egal. Ich hol mir dann erstmal Alipurks. Ich hol mir dann erstmal Alipurks. Und dann stirbst du, dann lach ich dich aus. Insta. Ich darf's liegen, okay. Ja, genau. Ich mag Insta nicht. Aber in den hohen Runden wirst du's lieben. Jetzt meinetwegen können wir noch locker bis 120 so weitermachen. Ey, dann haben wir 100.000 oder so. Dann haben wir gleich aus Endgame, passt doch. Ja, okay, lass zwei Runden machen. Jedes Mal dann immer Geld drauflegen und so. Wäre nicht schon die Schlauste. Dann sind wir wirklich ausgelöstet für alles. Ey, warte, du hast noch einen. Du hast doch die letzten 9, ne? Lass mich den Molotov reinwerfen, dann haben wir einen Qualler. Warte, ich mach Stuck, oder? Ist einer? Warte. Jo, perfekt. Leg ich auch nochmal Geld drauf. Gönn dir ruhig Speed Cola. Holst du ja. Nein, brauch ich nicht. Ups, hab gar nicht. Ja, 6.000. Geld ist wichtiger. 45.000, 50.000. 51.000, 54.000. Ah ja, warum denn nicht? Und mit Flametz drauf, willst du gleich mal nachgucken, oder? Stimmt 100.000 gleich, ja. Nein, glaub ich nicht, so 70.000 wahrscheinlich. Ah ne, kaum übertrieben, ne. Und meine Browning geht nicht mal leer, also. Ja, mach mal, dass wir so 100.000 haben, dann gönnt sich jeder von uns so, ähm. 20.000. Ja, so 20.000 und kaufen wir uns alle Perks. Nein, mach mal 30.000. Haben wir ja noch 40.000 drauf. Und was hab ich denn hier noch schönes, Achtung. Nein, wenn bei Double, wenn Double Points ist und wir kriegen unsere Zinsen, das war auch noch alt. Bei Double Points noch mehr Zinsen. Max Amo. Okay, nehm, ich bin leer. Warte, ich muss da aber noch nachladen. Nimm, schnell. Also meine Browning geht irgendwie auch nicht leer. Hab schon der 6.000, aber passt, die Sache läuft. Also ich kann echt mal sagen, das ist eine der geilsten Maps, die ich bis jetzt gespielt hab. Oh ja. Von der Größe und das, vom Aussehen her, das sieht übelst geil aus, find ich. Also der Map wurde echt, ich glaub die Map wurde echt lange gebastelt. Du kannst alle beide töten, ich hab nen Corder. Perfekt. Ich müsste eigentlich nur noch einmal in die Kiste können, aber das macht grad so Spaß mit den MGs. 65.000. Hol dir auch noch Crick arrive. Nein, später. Nein, holst du doch jetzt, ist doch scheißgal. 70.000, die Sache läuft. Komm, wir haben genug Geld. Wir machen aber das noch eine Runde, oder? Ja, bis wir 100.000 haben. Wer glaub ich jetzt? Andermal. Ops. 90.000 ist jetzt noch. Na ja, 92.823. Das ist kaum viel Geld. Wir können auch bis 1.000.000 machen, also bis 2.000.000. Das bleibt dir überlassen. So. Meinetwegen ist es mir eigentlich egal. Stell dir mal vor wieviel Zinsen das gibt, wenn da auf der Bank 200.000 drauf ist. Aber tu mir den gefallen, hol dir jetzt Crick arrive. Sobald du die 1.5 hast nach der Runde. Und Spiekohle kannst du auch, falls einer von uns stirbt. Ich habe eh Affen. Ja, aber trotzdem. Ich hab ja nicht so ein gutes Gefühl. Kommt eine Runde dazu jetzt? Ja. Ja. Hier auf der Riese. Äh, nicht der Riese, sondern doch der Riese. in Black Ops 1 oder Rolette war. Ja auch schon. Vielleicht noch die scheiß Browning weglegen. Also wir kennen ja auch schon die Map. Jetzt waren wir vorhin schon ziemlich weit gekommen sind. Wenn wir nicht Auto... Ja, sammel einen. Wenn wir nicht Auto von mir geflogen wären. Beide. Ja, aber die Map ist auch ziemlich schwer. Ja, also da gibt es schon Rätsel, glaube ich. Das ist richtiges E-Steag, was hier gibt. Das ist schon wie das E-Steag. Ist schon kompliziert. Und hier hat es wirklich riesig. Und es macht sich nicht schwer, das Rätsel zu lösen. Na, was mich am meisten begeistert ist, ist einfach das Design. Mal was anderes, weißt du. Ja. Oh, schon Aachen. Ich habe keinen mehr, ne? Ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ja, ich glaube, die Anzeige geht irgendwie... Minus sieben. Ich glaube, es geht falsch, weil sieben Hunde kamen. Acht Hunde. So, wie viel ist drauf? 70.000. 70.000 kann ich sein. Doch, 70.000. Wir hätten gerade eben 92.000 drauf. Ja. Okay, die Bank auch falsch. Gönn dir mal ein paar Tausend. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ach, weißt du was. Ich geh jetzt gerade noch ein bisschen an die Kiste. Wenn ich die Karnicht wegbekommen würde hier mal. Sniper, mit der kann ich auch nichts anfangen. Hol dir Quick Ralf. Ja, gleich weiter. Oh, FG-42, da kann ich auch nichts anfangen. Komm, gib mir die gescheite Waffen, Mann. SCG. Wo ist denn da der Schalter für die nächste Ding? Boah, ich komm gleich, machen wir gemeinsam gleich, oder? Flammenwerfer, soll ich nehmen? Nö, da könnten wir, wir haben ja schon genug Punkte. Ja, warte, dann hol ich mir jetzt auch noch Glück, Ralf und geh bis hin an die Kiste. Oh, jetzt stupst du dich einer an. Keine Zeit. Es ist mir echt nicht in nicht störend schon gegangen jetzt. Jetzt stupst du mich schon wieder an, Mann. Wenn das jetzt wieder irgend so ein Spasti ist, das geht mir auf den Piss, Mann. Andauernd. Ist es nicht geblocktes Anstupsen? Einmal geh ich noch, Dominic. Das dritte Mal stupst du mir jetzt schon an. Ragan. Schon wieder, Mann. Kann er nicht aufhören? Kann er nicht aufhören? Kann er nicht aufhören? Nein, ist... ...Thompson. Stärker. Achtung, kommt DG2. DG2, DG2. DG2, DG2. Oh, F***, nein. Schnauze halten. Egal, lass, lass weitergehen, lass aufkaufen. Kann er mal aufhören? Das ist bestimmt wieder so ein Ding. Ich... Ich... Ich geh gleich raus und... Ich ban ihn gleich. Hast du vielleicht Ruffy seine Handynummer oder so? Es ist ja niemand online. Es ist... Ich bin der einzige Admin der, der momentan online ist. Das ist ja das... Ne, Puffy ist auch noch online, aber der ist... Ja, ich weiß, aber hast du irgendwelche Handynummern von denen? Warte, ja, warte kurz. Ey, ich kann bei der Bank nicht mehr F drücken. Oh, Mann, drücken, ohne Scheiß. Ey, das geht mir auf den Tisch. Ich kann bei der Bank nicht mehr F drücken. Wenn ich mich jetzt... Wenn ich mich jetzt raus tappe, dann bricht's die Aufnahme ab und alles. Ja, jetzt stupst der mich auch noch an. Alter! Dominic, bann denn, bitte. Ich kann nicht raus, warte kurz. Ich... Zombie-Team-Gruppe. Kann ich mal in die Bank machen. Warte mal, wenn's du dich raus tappst, geht's bei dir noch, oder? Äh, soll ich? Äh, was soll ich denn machen? Äh, was scheiße, du kannst ja, hast ja keine rechte Scheiße. Äh, Spasti. Yannick? Ja? Bist du grad aufm TS? Na, ich verfluten. Ey, äh, du hast Bannrechte nicht, gell? Ja, wieso? Ja, weil uns stupst die ganze Ding so ein Spasti an. Und, ähm, der nervt übelst richtig krass. Einfach nur... Ähm, kannst du... Kann ich nicht, ich bin grad unterm Spiel, sonst würde ich ihn selber bannen. Aber wenn Ruffy oder Blackwood oder so online ist, der soll denjenigen sofort bannen. Permanent komplett. Permanent. Permanent. Permanent.